Heya, 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 das hier ist ein Tomahawk Steak und wie ich das zubereite, zeige ich euch jetzt. Das Tomahawk Steak wird aus dem Rind geschnitten und zwar genau aus dem oberen Teil, aus dem Entrecoteil, das sieht man ganz gut hier. Hier haben wir schon das schöne Fettauge. Das besondere Merkmal ist der Rippenknochen. Wir marinieren jetzt unser Tomahawk Steak, das heißt, wir werden ein bisschen Öl auftragen, überall gleichmäßig und einen schönen Trockenwrap. Auf alle Fälle nehmen wir jetzt ein bisschen Rapsöl und reiben das Steak von allen Seiten richtig schön ein. Und immer schön zärtlich massieren, ja, ganz wichtig. So, jetzt haben wir hier unseren Trockenwrap. Nehmen wir jetzt ein bisschen rüber. Der Rub ist relativ einfach zusammengestellt. Da sind ein paar getrocknete Kräuter drin, ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Zwiebelgranulat und ganz wichtig ist eine Prise Rohrzucker. Durch den Rohrzucker kriegen wir nachher eine schöne Karamellnote ans Fleisch und heben den Fleischgeschmack nach vorne. Super Geschichte. Geil. Das Steak kommt jetzt erstmal für ein, zwei Stunden in den Kühlschrank, am besten sogar über Nacht und dann ab auf den Grill damit. So ihr Lieben, einfach nur ein Steak reicht mir nicht aus. Wir werden jetzt noch ein schönes Bohnen-Schorizo-Ragout dazu machen. Das heißt, wir nehmen hier Kidney-Bohnen, weiße Bohnen, stückige Tomaten, eine schöne scharfe Schorizo, Zwiebeln, die schneide ich jetzt klein und zum Schluss einfach noch ein bisschen Petersilie mit rangeben, abschmecken mit Salz und Pfeffer, absoluter Knaller. So, die Zutaten fürs Ragu sind fertig geschnitten, ab damit in die Pfanne. Ein bisschen Öl in die Pfanne geben, die ist vorgeheizt und die Schorizo-Wurst hinterher. Mit der fangen wir jetzt an. Schorizo ist schön am anbraten, Zwiebeln mit dazu geben. Schön vermengen. So, jetzt geben wir ein paar Bohnen mit dazu. So, Tomaten mit dazu geben. Schön vermengen. Und dann einfach ein bisschen köcheln lassen, ein bisschen rumrühren, ein bisschen Chichi und ein bisschen Schau-Schau machen und dann passt das. Die ganze Sache lassen wir jetzt hier so circa 10 Minuten lang köcheln und in der Zeit nehmen wir unser Steak raus. Dazu jetzt mal ein Spezialtipp. Wichtig ist, Fleisch generell vorm Grillen immer so eine halbe Stunde bis Stunde, je nach Größe, aus dem Kühlschrank zu nehmen. Und zwar aus vollem Grund. Das Fleisch ist innen drin noch viel zu kalt. Wenn ihr es von beiden Seiten, zum Beispiel beim Steak, angrillt, kann die Hitze gar nicht so schnell ins Fleisch reinziehen. Das würde außen verbrennen. Und das ist der Fehler, den viele machen, dass sie es kalt auf dem Grill legen. Auf alle Fälle eine halbe Stunde, Stunde vorher aus dem Kühlschrank rausnehmen und auf Zimmertemperatur bringen. So, der Lolli hier kommt jetzt auf den Grill. Steak liegt drauf. Wir haben jetzt eine extrem hohe Hitze. Wir liegen so bei 380 Grad. Nach so circa 15, 20 Sekunden Das Steak einfach in 45 Grad drehen, kriegt dann schon das Rautenmuster. Noch mehr Röstarom, oberlecker. So, die Seite ist jetzt fertig. Jetzt kommen wir mal zum Wenden. Ich habe jetzt hier die Warmhalterroste draufgelegt. Und zwar aus vollem Grund, dass wir das Steak von der Hauptgrillroste wegbekommen. Es liegt jetzt in der indirekten Zone. Der mittlere Brenner ist aus. Die bei den äußeren sind an. Deckel machen wir jetzt zu. Die Hitze kann schön ums Steak zirkulieren. Wir warten jetzt ungefähr, bis das Fleisch eine Kerntemperatur von 55 Grad hat. Da werden wir gleich mit dem Kernthermometer rangehen und testen. Und in der Zeit machen wir unser Ragu fertig. So sieht unser fast fertiges Ragu aus. Wir kommen jetzt zum Abschmecken. Handschuhe mal schnell aus. Petersilie oben rüber geben. Wie Lauchzwiebeln. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Eine Prise Rohrzucker. Ganz wichtig. Und ein bisschen Creme Fraiche. Schönes Hüftgold. Kommt immer gut. Ein Kleck sollte reichen. Und schön vermengen. Das ist richtig lecker. Jetzt gucken wir mal kurz, was unser Steak macht. Unser Steak sieht auch richtig gut aus. Tipp. Kernthermometer nehmen. Und mal kurz vorsichtig testen, wie weit wir sind. In die Mitte vom Fleisch stecken. 55 Grad. Perfekte Kerntemperatur. Ab vom Grill damit. Wir lassen es jetzt ganz kurz ruhen. Und dann schneide ich es an. Und das ist der Oberwahnsinn. Das ist der absolute Oberknaller. Glaubt mir. Dazu noch die Bohnen. Viel Spaß beim Nachgrillen. Und denk dran. Peace.